In dieser Woche führt uns unsere Reise durch die digitalen Gewässer in die Region der sozialen Netzwerke. Unser Ziel heißt, mein digitales Ich und die anderen. Dazu haben wir mit Ibu Efsan gesprochen. Ibu beschäftigt sich mit Social Trademarks, also mit der sozialen Marke. Joachim war bei ihm. Und hat ihn gefragt, wie finde ich eigentlich interessante Kontakte im Netz? Wie werde ich bekannter? Was sagen meine Follower oder Kontakte im Netz über mich aus? Außerdem haben wir einen Bonus-Track für euch. Xing-Experte Holger Ahrens erzählt uns etwas zur beruflichen Profiloptimierung. Zum Beispiel, wie kann ich meine privaten und beruflichen Interessen und Profile im Netz trennen? Wie werde ich interessanter für zukünftige Arbeitgeber? Like Wir sind sehr gespannt, wie ihr diese Woche finden werdet. Like Und jetzt nehme ich dir das weg. Like und surffOUGH's da zum Entfernung. Also, sich das weg. Hopper's grapheln. Woこちら website wurde von derkorschung. Ok hoch ist Spicle aus und